Musik Mit einem Fluch zwischen den Zähnen heißen sie sich die Kleider vom Leibe, weinen, zerkratzen sie ihre Körper, um sich dann zitternd in das nasse Gras zu werfen. Dort wälzen sie sich wie wild gewordene Tiere. Dann plötzlich lachen sie auch wie eine Masse gegen die Sterne. Musik Na endlich, komm herein, mein Engel. Komm nur herein, darf ich dir deinen Mantel abnehmen? Du bist doch nicht böse, nicht wahr? Ich habe auch schon den Champagner vorbereitet. Alles wie immer. Lass es dir schmecken, Herr Himmel. Sehr schön. Es hat dir hoffentlich nicht wehgetan. Dieses zarte Himmel. Es war nicht wieso, es ist ganz. Ja, noch mal bitte mehr. Ja, gut, du bist superhaft zu mir. Ja, 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 ah, ah, ja, mir, ah, sehr schön. Ja, ah, 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 ah. Was machst du? Was sollt'r das? Was sollt ihr sagen? Ja, Entschuldige. Was sollt'r das wenn wir nicht verabbernate? Was sollt'r das? Weil wir fémmen in keinem. Was sollt'r das? Was sollt'r das sind? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schrei nicht zu mir, tun die Ohren weh. Der Gerät ist also zurückgetreten. Man weiß nicht, wo er steckt. Sehr schön. Also hör zu. Ich habe einen Auftrag für dich. Ich möchte, dass du die Strichmädchen in der Porta Bolto beobachtest. Lass sie nicht aus den Augen. Hör genau zu, was geredet wird. Ich will alles wissen und lass deine Finger von den verdammten Herrschen der Nutten. Ja, ja, schon gut. Ciao. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Also, erzählen Sie weiter. Ich will alles wissen. Aber ich habe alles gesagt. Ganz ehrlich, mehr weiß ich nicht. Ich bitte Sie, Sie scherzen. Ich möchte sämtliche Informationen von Ihnen. Schließlich haben wir einen Vertrag. Es gibt nur manchmal Dinge, die man nicht sagen kann. Es geht um meine Ehre und Glaubwürdigkeit. Ich kann Ihren Laden zusperren lassen. Ihre Aktivitäten sind letztlich illegal. Moment so. Dieses hier ist immerhin kein billiges Casino. Es ist doch so. Wettspiele sind verboten, aber das Betreiben eines Casinos nicht. Und wissen Sie warum? Weil der Staat daran verdient. Ha, was glauben Sie, was der Staat von dem Geld bekommen hat? Gut, von mir nicht sehr viel. Das muss ich zugeben. Aber ich habe dem Staat durch meine Arbeit anderes zukommen lassen. Alle meine Möglichkeiten. An Informationen. Wie oft hat dieser Staat von meinen Archiven Gebrauch gemacht. Von meinen internationalen Verbindungen und hauptsächlich von meinen hochentwickelten elektronischen Geräten. Diese Geräte haben einen Kostenaufwand von der Jahresausgabe der gesamten italienischen Polizei und der Armee. Das können Sie mir glauben. Diese Geräte ärgern mich seit langem. Am liebsten würde ich sie beschlagnahmen. Sie sind illegal. Die Überwachung durch sie von Personen ist verboten. Wenn es darum geht, sind sogar illegale ausländische Zigaretten verboten. Aber das kann man doch gar nicht vergleichen. Was glauben Sie, welches das praktischste und effektvollste Gerät von allen denen hier ist? Das beste und nützlichste Gerät von allen. Dieses hier. Das Telefon. Man muss es nur gebrauchen können. Sehen Sie? Darauf kommt es an. Was ist ein Telefon? Mit zwei, drei, fünf Telefonen. Kann man vielleicht einen ganzen Staat kontrollieren? Ja, vielleicht die ganze Welt. Warum nicht, junger Freund? Es muss funktionieren. Wenn ich wähle, ist woanders belegt. Hä? Ich habe gleich eine Verabredung mit einem Kunden. Entschuldigen Sie. Kommen Sie morgen vorbei. Und ich verspreche Ihnen jetzt schon, Sie bekommen Ihre Information. Übrigens, diese ausgeschnittenen Zeichnungen, die neben den Leichen gefunden wurden. Ich weiß, woher die standen. Das weiß ich auch. Aus einem Buch, das ursprünglich aus Deutschland kommt, der Strubelpeter. Ein grausames Buch. Kennen Sie den Namen des Autors? Hoffmann. Villa Hoffmann. Vielleicht ist das eine Spur. Denken Sie nicht? Was ist aus Herrn Hoffmann geworden? Meinen Sie nun den Besitzer der Villa oder den Autor des Buches? Ich meine den von der Villa. Er ist tot. Gestorben an einem Gehirnschlag in Amsterdam. Natürlich ist kaum einer von hier zur Beerdigung gegangen. Ein Toter hat für viele seiner Freunde keine Bedeutung mehr. Deine Haut ist so weich. So weich wie Seide. Deine frische Haut so jung. Dein Aussehen ist Gott. Schon vorbei. Dank der Creme Tradante Babysix. Benütze noch, siehe ab heute, Babysix-Creme von den Göttern. Bei Beschwerden, Schmerzen und Beginn der Erkältung nehmen auch Sie... Wie geht es, meine lieben Mama? ...zwei Tabletten und Sie fühlen sich wieder... Ja, jetzt mich schon gehen, du Dummkopf. Sie wird die Nacht durchschlafen. Ah, sehr schön. Und nun hören Sie wie jeden Donnerstag einen Ihrer Lieblinge, Signore Picazzi. Alle Banken geben schwarzes Geld für Überhöhung... Sehen Sie, das ist Picazzi. Wenn die Richter nachforschen wird, wo... Angelo! Angelo! Was ist, Mama? Angelo! Ja, ich komme. Oh, Mama. Weißt du, wer da spricht? Das ist der Picazzi. Ernesto. Du kennst doch deinen Ernesto. Ja, du sagst. Ja, Mama. Tu das Kissen zu leibend mit Schlaf. Ja, Mama. Und wenn ich mal einen... Ein Schläfchen wird meiner lieben Mama sehr gut tun. Man spricht doch davon, dass... Eine recht gute Nacht. Wo ist die Krankenschwester? Ich glaube, sie ist ins Bad gegangen, Mama. Signorina. Ich gehe jetzt. Auf Wiedersehen. Hören Sie, äh, werden Sie abgeholt? Entschuldigung, aber ich meine... Das ist nur die... Ich, äh, ich habe sie nur gefragt, weil... Weil ein Mädchen und diese Zeit so alleine eine... Eine, die so hübsch ist... Gute Nacht. Äh, gute Nacht. Die Gewalt sind gravierenderweise zu und die Polizei kann es nicht verhindern. Sie kann das Verbrechen nicht ausschalten, deshalb... Verdammt, was ist mit dem Strom? Die Gewalt, von der ich rede, kommt nicht nur aus den niedrigsten Schichten der Bevölkerung, Sie muss die Anlage überprüfen lassen. Also, was kann man dagegen tun? Ich weiß es nicht, aber ich weiß etwas anderes. Ich, ich habe hier einen Brief von dem Redakteur einer Zeitung. Äh, äh, aber was ist das? Wann hat ihn erschafft? Sie haben ihn umgebracht. Polizei, Polizei! Sie haben ihn umgebracht. Oh, Mama. Ich mag nicht mehr tanzen. Gut, hörst du mich nicht? Komm, lass uns einen trinken. Heute Abend habe ich einen schwärzeren Arm gesehen als diesen. Was meinst du damit? Weißt du, wer Jean Lacroix war? Sie war eine Heilige und wurde lebendig verbrannt, habe ich recht? Sie war keine Heilige und wurde trotzdem verbrannt. Kennst du das Mädchendorf? Wieso, gefällst du dir? Hi! Hallo! Entschuldige, wer ist das? Darf ich dir einen der größten Fotografen aller Zeiten vorstellen, Evelyn Christie. Evelyn, Evelyn Christie, hallo Evelyn! Eine wunderschöne Frau. Kein Blödsinn, Evelyn ist ein ganz normaler Männername. Wollen wir tanzen? Ja, gerne. Ciao. Ciao. Wir kennen uns doch. Bitte? Wissen Sie nicht mehr im Fahrstuhl? Ah, Sie sind mir damals gefolgt. Ich würde ihr sagen, Sie sind mir gefolgt. Wie es auch immer war. Möchten Sie nicht mit mir tanzen? Sie haben doch eine Begleiterin. Ja, aber sie hat mich verlassen wegen Evelyn. Sind wir nun verrückt oder die andere? Die andere. Eine romantische Musik. Dann erzählen Sie mir eine romantische Geschichte über Apollo. Oh, Apollo. So le bon mirabonkula sen. Et non m'hoffreur, kemizu, vier löschen, vier löschen, vier löschen, vier löschen, vier löschen, vier löschen, vier löschen. Besser geht's nun mal nicht. Also wie heißen Sie, hm? Jan, möchtest du noch mehr? Nein, 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 Jan genügt mir. Warum gehen wir nicht einfacher? Ich bin mit Freunden hergekommen. Wenn einer von Ihren Freunden versucht, sie mir wegzunehmen, bekommt er garantiert einen kräftigen auf die Nase. Wenn ich wütend werde, bin ich ein Tier. Was ist Schand, tanzen wir. Es war ein typischer Mord der Unterwelt. Dieses Mal dürfen wir keine Fehler machen. So verurteilt man eine Prostituierte zum Tode, die nicht gehorcht. Außerdem gibt es im Fall Elvira Mutikoni keinen Zusammenhang mit dem Mörder, der Zeichnungen ausschneidet und der gestern Abend wieder zugeschlagen hat und das vor den Augen von Millionen Fernsehzuschauern. Herr Kommissar, vergessen Sie nicht Elvira Menikoni. Sehr wahrscheinlich, weil sie es, die Mutia Grant erwirkt hat. Die Untersuchungen liegen vor. Die Fingerabdrücke auf dem Hals von Mattia Grandi wurden mit denen der Menikoni verglichen. Das Ergebnis war ganz eindeutig, dass es ihre sind. Zählen Sie. Es gibt also keine Zweifel mehr. Sie ist die Mörderin, die wir suchten. Die Menikoni war die Bildermörderin. Und wenn es nur Zweifel sind... Was soll das, Lorenzo? Na, was meinst du damit? Der eine tötet und der andere legt die Zeichnungen hin. Warum nicht? Entschuldige bitte. Bevor wir der Theorie nachgehen, möchte ich noch etwas anderes vorschlagen. Wir sollten zuerst den grauenvollen Mord an Bikozzi untersuchen. Schließlich ist er während einer Fernsehshow in den Augen von Millionen Zuschauern passiert. Das gesamte Personal vom Studio wurde vernommen. Aber es ist überhaupt nichts dabei herausgekommen. Wer war das alles? Bartekazzi, Gianna, Gardella, Fiorenza. Ruth hat mir von Ihnen erzählt. Sie sind also ein Polizist. Etwas rau, sagte sie. Aber manches Mal auch sehr herzlich. Tatsächlich? Sie hat mir auch gesagt, dass Sie anders sind als die anderen. Im Guten oder im Schlechten? Wie meinen Sie das? Nun, die Polizei ist eine Behörde. Bei der es auch ein paar gute Beamte gibt. Ein wunderschöner Tag. Ich habe es im Büro einfach nicht mehr ausgehalten. Es ist schön, dass Sie mich abgeholt haben. Ruth hat mir gesagt... Oh, reden wir nicht von Ruth, bitte. Sie hat alles über mich verraten. Sie hat keine Ehe. Ah, Sie sind sensibel. Nein, Neapolitaner, wenn Sie es wissen wollen. Wer sagt denn, dass Neapel eine afrikanische Stadt ohne europäisches Viertel sei? Sicher ein Neapolitaner. Ach, da sehen Sie nur. Was? Das Pärchen. Sie legen sich einfach dahin und lieben sich. Sie machen doch sehr niedlich wie zwei verliebte Kätzchen. Und das in einem öffentlichen Park. Warten Sie sie doch. Ich? Weshalb? Ich mag sowas. Und jetzt, sagen Sie mir die Wahrheit. Weshalb haben Sie mich abgeholt? Ganz einfach. Um mit Ihnen Fisch essen zu gehen. Ah, nur deshalb. Das ist also die Villa Hoffmann. Ja. Nichts zu machen. Das ist abgeschlossen. Klettern wir über die Mauer. Was? Darüber? Aber sowas ist strafbar. Vergessen Sie den Polizisten und zeigen Sie Mut. Halt so los. Hoppla! Verdammte Scheiße! Geben Sie mir Ihre Hand. Haben Sie Angst? Nein. Haben Sie sich wehgetan? Nein. Hoffmann war viel auf Reisen. Er hat Tiere aus allen Teilen der Welt eingekauft. Dann hat er alles verkauft und ist nach Amsterdam gezogen. Dort ist er gestorben. Was machen diese Freunde der Natur? Das kann ich Ihnen genau sagen. Sie haben sich jeden Samstag hier versammelt. Oh, das arme Tier. Wie oft waren Sie hier? Ein einziges Mal. Man hat mich eingeladen. Und als ich begriffen hatte, war es schon zu spät. Und jetzt machen wir ein anderes Spielchen. Alle Männer kommen mit mir. Das wird lustig. Auf geht's. Auf geht's. Alle setzen sich hier an diesen Tisch. Komm schon, Matthias. Hier auf dem zweiten Stuhl. Und was machen wir? Alle Damen setzen sich dort auf das Sofen. Es ist ein unterhaltsames Spiel. Ich kenne es aus Hongkong. Du. Nein, nicht du. Rosa, komm her. Na komm schon. Rosa, komm her. Hör zu. Du kriegst jetzt unter den Tisch und tust, was ich dir gesagt habe. Nimm dir den da. Nein. Du tust, was ich dir gesagt habe. Oder du bekommst keine Kohle. Nein. Vorwärts. Los. Der Name des Mädchens war Rosa. Wie ich später erfahren habe, Rosa Kathena. Eine kleine Nutte, die den Herrn den Abend verschönern sollte. Sicherlich hat ihr Zuhälter sie zu der Gesellschaft gebracht. Der gute Matthias, das gefällt ihm. Ihm laufen ja schon die Augen über. Also ist Rosa bei ihm. Nein, meine Freunde. Der Auserwählte war es. Da werde ich dich vor. Der Auserwählte, meine lieben Freunde. Ihr habt eben Pisch gehabt. Oh, das ist noch ein Fall. Nein, nein, nein. Wir machen eine Pause. Schließlich könnte ich wieder auserwählt werden. Und ich bin nicht mehr der Jüngste. Weißt du, was du schon schaffen? Diesmal gehe ich unter den Tisch. Wollt ihr das? Wollt ihr, dass ich das mache? Ja, also, da bin ich gleich dran. Ein schöner Fallen. Oh, das ist nichts Besonderes. Abende wie diese gibt es bei denen haufenweise. Wenn dann noch der Alkohol seine Wirkung getan hat, dann passieren noch... Was an, was passiert. Was passiert. Was ist denn Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wohnt er hier? Wenn Sie gestatten, hier wohne ich. Ich meinte hier im Haus. Oh, das ist sehr groß. Die Leute kommen und gehen. Aber wer sind Sie denn überhaupt? Was machen Sie in meiner Wohnung? Äh, eigentlich nicht. Sehen Sie nicht, dass Sie mich stören? Oh, so können Sie mit uns nicht reden, ja? Hör zu. Wir sind Freunde von Agostino. Wir bieten ihm ein Geschäft an. Ah, Sie sind Freunde. Ich möchte euch ja so gerne helfen. Ihr seid mir sehr sympathisch. Aber was soll ich machen? Ich kenne ihn nicht. Sieh mal, wir... War er das? Ich habe Ihnen bereits zweimal deutlich gesagt, dass ich ihn nicht kenne. Ich kümmere mich nicht um Angelegenheiten fremder Leute. Verstehen Sie? Ich verpasse dir gleich einen Satz heiße Ohren. Von der Polizei darf der Bürger nicht angefasst werden. Schließlich leben wir in einem Rechtsstaat. Rät bitte nicht von der Polizei. Damit haben wir nichts zu tun. Wir wollen doch nur Agostino sprechen. Gehen Sie jetzt endlich. Ich muss mich umziehen. Und wenn wir nicht rausgehen? Komm mit. Ich bin hier schon unterwegs. Da steht eine Tür auf. Schau dir das an. Da ist dein Buch. Der Junge hat keine Gereimnisse. Steht alles drauf. Hör zu. Paolo Diagostino. Gefängnis San Vitoro 1967. Klar, dass er hier wohnt. Wir müssen dem Chef eine Meldung machen. Und wenn wir auf den Kerl warten? So vielleicht mit ihm Kaffee trinken? Das Mädchen da drüben hat ihn gewarnt. Der Kerl ist über alle Berge. Dann verhaften wir das Mädchen. Na ja? Weil sie in der Öffentlichkeit gesungen hat? Du bist ein Traumtänzer, Kyoto. Hey Chef, volltanken bis zum Rand. In Ordnung. Ölstand, Wasser und Reifendruck nachziehen. Weil ich vorhabe, bis München durchzufahren. Wettgemacht. Sie wissen ja, die Straßen in diesem Land sind nicht in bestem Zustand. Das ist ein Traumtänzer. Das ist ein Traumtänzer. Das ist ein Traumtänzer. Und das ist ein Traumtänzer. Halt! Stopp! So halten Sie doch! Halt! Dieser Mörder macht einfach alles. Er klaut Autos, Lastzüge. Er ist überall, aber wer ist der? Er ist ein Teufel. Und äußerst gefährlich. Das ist viel besser als die Kost von Rot. Tomatenmark. Etwas Käse. Ach, Scheiße. Guten Abend, Herr Kommissar. Geben Sie her. Behalten Sie den Rest. Danke. Herr Kommissar, morgen läuft nichts. Der wird gestreikt. Schon gut. Schönen Abend. Wiedersehen. Scheiße. Wer ist? Nein, pardon. Aber ein Mädchen schleicht sich nicht in Wohnungen von Männern. Ich hätte nie gedacht, dass ein Polizist so viel Angst hat. Ah. Wirklich. Von wegen. Ich habe keine Angst. Aber der gute Tropfen ist ihm über. Ihr Rot ist verreist. Bevor sie abgeflogen ist, hat sie mir das gegeben. Ich bin sicher, sie ist mit diesem Fotografen weg. Und was nun? Was heißt und nun? Da oben ist sie sehr einsam. Ich kann nicht schlafen. Ich habe Angst. Angst vor wem? Ich weiß nicht. So ist es recht. Und da kommen Sie hierher? Zu einem Freund, der mehr Angst hat als ich. Ich habe gesagt, ich habe keine Angst. Ich bin ein bisschen nervös. Ich schlafe zu wenig. Also, wenn Sie gehen wollen... Ja, aber da Sie schon mal da sind, können Sie auch ruhig hierbleiben. Und wie geht es dann weiter? Nun, bevor ich schlafen gehe, habe ich mir angewöhnt, Liebe zu machen. Ich auch. Sehr gut. Prima. Nun, sehen Sie... Liebe machen heißt bei mir... Hältst du immer so viel? Ja. Zumindest beim ersten Mal. Ah ja. Ja. Psst. 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 Wann ist diese Geschichte damals passiert? Welche Geschichte? Der Tod von Rosa. Zu Ende November. November. Sag mir, wo hat man sie begraben? Wen? Rosa Kathina. Ich weiß nicht. Ist schon gut. Schlaf schön weiter. Ich werde schon nach Hause finden. Ciao. Ciao. Agostino Parundi. Keine Bewegung. Ganz ruhig, Jungs. Agostino. Ich weiß, dass ihr Zuhälter im gewissen Ding ein weiches Herz habt. Du hast Rosa in ihrem Todestag Blumen ans Grab gebracht. Deswegen werde ich beschuldigt. Was habe ich getan? In der Bibel steht geschrieben, du sollst nicht töten und im Gesetz auch. Vielleicht sagt er das etwas. Wir haben dich bestimmt nicht festgenommen, weil du ein Grab mit Blumen geschmückt hast. Was? Wen soll ich umgebracht haben, wenn ich fragen darf? Diesmal steckst du drin, Agostino. Ich soll dir sagen, was du schon weißt? Vier Morde, Agostino. Vier Morde. Oder sogar fünf. Klar? Ich bin glücklich, dass sie umgebracht wurden, weil sie meine Rosa getötet haben. Ich bin unschuldig. Ich will nicht wieder ins Gefängnis. Ich bin unschuldig. Halt! Verdammt! Nicht schießen! Das Essen Sinnerisch... Why? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Entschuldigen Sie, Chef Mit ein bisschen Wasser geht das leicht weg Ich weiß, ich weiß So ist gut, Sigrid Okay Ja, sehr schön Kopf drehen, ja, genau Gut so, ja, ganz locker Ja, gut macht ihr das Sehr gut, jetzt herschauen Herschauen John John, Augen zur Kamera Ja Ah, John und Sigrid sind fertig Sheila, du bleibst hier, wir machen noch ein paar Aufnahmen Okay Ein bisschen mehr Profil Ja, 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 so ist gut So bleiben, genau Achtung Ja, sehr gut Ja Warte doch Ich möchte euch auf keinen Fall stören Ja, aber tu so, als hätte ich nichts gesagt Vielleicht ist es nicht richtig, dass ich dich um diese Uhrzeit in mein Büro schleppe Du wirst es doch hoffentlich niemand erzählen Nein Was ist das? Handschellen Oder auch die Brille von Kavur So nennt man sie im Scherz Diese Dinger sind ziemlich veraltet John Setz dich Ich werde dir etwas zeigen, dann gehen wir wieder Weißt du, nachdem du mir all die Dinge über die Villa Hoffmann erzählt hast, bin ich neugierig geworden Ich habe hier die Liste der Tiere Ich muss sagen, eine Liste, die nicht aufhört Aber woher kommen sie? Hier, hier zum Beispiel ist ein Tiger Verstehst du, John, ein Tiger? John Ja, ich habe es dir ja gesagt Tiger hat er ja viele Ja, aber dieser Tiger hier Kommt aus Kenia, Afrika Ja, und? Aber John, was heißt und? Bis vor kurzem lebte der Tiger in Asien und nicht in Afrika Wie hat er also seinen Wohnsitz gewechselt? Tiger kann man doch überall auf der Welt kaufen In Afrika genauso wie in Hamburg Ja, das ist richtig Und weil ich das auch weiß, habe ich nachgeforscht Also, dieser Herr Hoffmann war in Afrika In Kenia Er hat dort einen großen Löwen gefangen Ja Aber er ist auf der Fahrt verendet Schade, Löwen sind ja so niedlich Sie sehen aus wie große Katzen Ja, stell dir vor Wenn ich das nächste Mal nervös bin Lege ich mir einen wunderschönen Löwen über die Knie Und streichle ihn einen Abend Spaß beiseite Nach dem Tod des Löwen setzte sich Hoffmann für 14 Tage nach Tunis ab Was ist das? Oh nicht Du weißt nichts über diese Reise? Nein, ich war damals gerade nicht hier Und außerdem war ich mit Hoffmann nicht so gut befreundet Schon gut, von Tunis kam er nach Italien Und im Käfig war anstelle eines toten Löwen ein lebendiger Tiger Ich weiß nicht, was du daran so komisch findest In Algier? In Tunis Liebling Ach ja, in Tunis Weißt du, vielleicht wollte sich Hoffmann eben einen Tiger kaufen Nachdem der arme Löwe tot war Ach mal Kerl, ohne ein Tier konnte er es eben nicht aushalten Ich habe gehofft, du könntest mir bei dieser Geschichte helfen Das Ganze ist merkwürdig Ich sage dir, Liebling daran ist nichts merkwürdiges Hoffmann musste einen Tiger kaufen Er hat es einem Zoo versprochen Oder vielleicht war es ein Zirkus Ich weiß nicht mehr Er musste sein Wort halten Ja, natürlich Gehen wir Ich bin heute sehr müde Ja Ja, ich fühle mich irgendwie so komisch Aber ich glaube, wir haben heute den Mörderfall Oh, bravo Ja, der Fall ist beendet Dann wird jetzt gefeiert Oh, nein, nicht So, so Der Fall ist also beendet Der Mörder ist verhaftet Welcher Mörder, bitte? Nicht Agustin Perrondi Warum? Warum? Warum, warum? Weil der Mörder ein anderer ist Dann suchen wir eben weiter Es muss eine Spur geben Was ist mit Kommissar Tarey? Man hat ihn gezwungen, zurückzutreten Seitdem ist er verschwunden Keiner weiß, wo er steckt Vielleicht ist er auch ermordet worden Ja, vielleicht Sind diese Berichte inzwischen gefunden worden? Nein, noch nicht Ich kann nicht begreifen Dass so wichtige Unterlagen einfach verschwinden Irgendjemand muss ein großes Interesse daran gehabt haben Sie verschwinden zu lassen Bevor ich sie sehen konnte Hey, hey Oh, tut mir leid Ja, ist schon gut, schon gut Halte mich bitte auf dem Laufenden, ja? Ist doch selbstverständlich Mach's gut Ich kann nicht mehr Ich wage mich nicht mehr allein aus dem Haus Ich brauche Polizeischutz Verstehen Sie? Das ist kein Problem Ich habe die Leute für Sie Ich wünsche, dass das Haus unter Bewachung steht Tag und Nacht Und dass er auf sie aufpasst Wo immer sie auch hingeht Macht keinen Fehler Bitte, wer sind diese Herren? Spezialisten Er ist ein ehemaliger Polizist Und er ein ehemaliger Verbrecher Oh Nein, 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 keine Ahnung Der eine ist zuverlässig Und der andere wird nicht mehr straffällig Danke Also meine liebe Signora Sagen Sie mir bitte Wie Sie Herrn Hoffmann kennengelernt haben Nun, ganz einfach Weil ich Tiere sehr liebe Sehen Sie Hoffmann gründete damals Diesen Verein Freunde der Natur Ich weiß Ich weiß Er hat viele Safaris In Afrika organisiert Ich war nur ein einziges Mal dabei Wir jagten damals Panther Löwen Und Elefanten Ist das nicht eine merkwürdige Art Tiere zu lieben? Wieso merkwürdig? Wir haben sie nicht getötet Hoffmann hat sie nur vorübergehend betäubt Den Tieren ist nichts passiert Und dann wurden sie nach Europa An verschiedene Zoos verkauft Aber trotzdem ist das eine merkwürdige Art Tiere zu lieben Was hat denn diese Liebe zu Tieren Mit unserem Problem zu tun? Ein sehr kluger Polizist Hat einmal gesagt Hier stelle ich die Frage Also schön Was wollen Sie noch wissen? Vieles Doch mit etwas mehr Ruhe Wenn ich bitten darf Mein Arzt hat mir verboten Mich aufzuregen Wissen Sie wegen Meiner Blutdruck Wenn Sie weiterhin Schokolade essen Und so viel trinken Kommen Sie sowieso ins Grab Ein nettes Kerlchen Das einem Mann seine kleinen Laster vorwirft Wenn Sie unfreundlich werden Kann ich das genauso gut Kommen Sie her Wie ich sehe Tragen Sie wunderbaren Schmuck Äh Ist das ein Geschenk? Nein Nein Der Schmuck Den habe ich Verdient Sehr schön Wirklich ein ganz besonders schöner Stein Es interessiert mich Ob Sie ihn auf einer Safari In Südafrika verdient haben Das tut nichts zur Sache Erzählen Sie mir alles Über diese Safari Wenn Sie wollen Dass ich Ihnen helfe Wissen Sie Vertrauen zu mir haben Del Rey Kommissar Del Rey Er hat doch früher hier gewohnt Wissen Sie wo er hin ist? Ich weiß nicht Es ist nichts mehr da Aber irgendetwas muss er doch zurückgelassen haben Ein Buch Eine Hose Ja Bücher sind da drin Darf ich Darf ich reingehen? Ja ja gehen Sie Was haben Sie? Ist Ihnen schlecht? Machen Sie sich nichts draus Die ist immer besoffen Was am frühen Morgen? Rund um die Uhr Rund um die Uhr Ich bin in der Villa Hoffnung. Irgendetwas stimmt mit dem Toton Rosa nicht. Entschuldige den Umweg, aber ich möchte sehen, ob die Käfige in Ordnung sind. Wieso die Käfige? Ich verstehe nichts mehr. Ich weiß nicht. Es ist, als hätte mir jemand gesagt, ich soll nachschauen. Wo gehst du hin? Die Käfige sind auf dieser Seite. Ich weiß, aber ich spreche von diesem Käfige. Eine Zigarette? Nein. Das Eisen ist hohl. Es sind also Rohre. Und sie lassen sich leicht abschrauben. Ein schönes Versteck. Sehr geräumig. Da passen viele Sachen rein. Was denn für Sachen? Zum Beispiel Diamanten. Es gibt eine Menge davon in Afrika. Viele Tiere und Diamanten. Verstehst du, was ich meine? Nein. Wenn man als Rob Tiere und Diamanten zusammentut... Beim Zoll ist man normalerweise sehr genau. Wenn allerdings ein Käfig mit einem Panther zu kontrollieren ist... Und wenn Diamanten in den Rohren versteckt sind, ist es klar, dass das Risiko gleich null ist. Und dass für die Beteiligten nicht allzu viel auf dem Spiel steht. Ich verstehe nicht, wovon du redest. Vergiss es. Ich erfinde gerne Geschichten. Nur, dass meine Geschichten meistens an die Wahrheit herankommen. Ja. Der Schuldige wird immer gefunden. Ein reizendes Plätzchen. Eine schöne Villa. Einsam, ruhig, genau richtig für die Freunde der Natur. Mit Festen, die manchmal schlecht enden. Natürlich kann man im Leben nicht alles einplanen. Du weißt viel zu wenig. Du bildest dir das ein. Was du sagst, ist absurd. Ich habe dir doch gesagt, dass ich gerne Geschichten erfinde. Nehmen wir dieses Fest, von dem du mir erzählt hast. Ich habe da eine ganz andere Version. Aber ich bin der Meinung, dass meine Version sehr realistisch ist. Das Fest war zu Ende. Die meisten Gäste gegangen. Nur die Teilhaber der Ex-Import von Diamanten blieben noch. Denn genau an diesem Abend war eine neue Lieferung angekommen. Das sind zwei Millionen Dollar. Aber die Eingewalten hatten nicht bemerkt, dass noch ein Gast geblieben war. Da kommt Rosa. Wie kommt es, dass sie noch hier ist? Achtung. Was macht ihr denn jetzt? Gar nichts. Geh in den Salon. Wir kommen gleich nach. Gehen wir zu den anderen. Dann reden wir. Mir ist das Gleiche. Es interessiert mich nicht, was ihr macht. Ich bin doch eure Freundin. Die ganze Sache interessiert mich nicht. Ja, ja. Lasst uns reingehen. Ich verstehe nicht, was ihr von mir wollt. Ich möchte jetzt gehen. Bleib einen Moment verlaufen. Ich bin gleich zurück. Keine Angst, Rosa. Es passiert ja nichts. Ihr braucht mir nichts zu erklären. Ich habe nichts gesehen und nichts gehört. Natürlich, ich glaube dir. Du bist schließlich unsere Freundin. Hier, trink noch etwas, bevor du uns verlässt. Ja, gut. Es ist ein... Bitte nicht zu viel. Trink aus. Es tut dir gut. Nein. 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 Ganz ruhig. Ja. Nein. Nein. Trink. Trink. Nein. Bloss. Merk schon, dass das Ganze sich so abgespielt hat. Woher willst du das wissen? Wer hat es dir gesagt? Die Polizei ist schließlich dafür da, um solche Dinge aufzudecken. Auch wenn diese Berichte vom Kommissar Del Rey plötzlich verschwunden sind. Ab und zu findet man ein paar Notizen. Ach, du bleibst doch nur. Du weißt gar nichts. Und wenn, was habe ich damit zu tun? Ganz einfach. Du warst die Geliebte von Hoffmann. Niemals. Du hast ihm auch beim Diamantenschmuggel geholfen. Bei einer schönen Frau schöpft keiner Verdacht. Erinnerst du dich, dass ihr damals einen Algierhalt gemacht habt und nicht in Tunis? Wo gehalten? Was sagst du? Es ist so. Der Löwe ist während der Fahrt gestorben und deswegen habt ihr euch einen Tiger besorgt. Ihr werdet sonst mit leerem Käfig zurückgekommen. Und einen leeren Käfig hätte man beim Zoll kontrolliert und die Diamanten gefunden. Natürlich war für euch ein bisschen verrückt. Also, Kommissar Lomenzo. Bravo. Gut vorbereitet. Sogar mit Gewehr. Ich glaube, Sie waren ein klein wenig zu unvorsichtig. Das ist Berufsrisiko. Sie sind doch ein intelligenter Mann. Ein toter Polizist. Wird Ihre Situation nicht verbessern. Niemand wird an mich denken. Schließlich bin ich tot. Da täuschen Sie sich gewaltig. Ich habe in meinem Büro eine Nachricht hinterlassen, dass Hoffmann nicht tot ist und dass ich ihn hier treffen werde. Unmöglich. Wo wollen Sie mich gesehen haben? Der Gammler, der damals im Käfig schlief, hat mich stutzig gemacht. Ich war mir sicher, dass das kein Gammler ist und habe etwas nachgedacht. Ja? Woran haben Sie das gemerkt? An den Schuhen. Sie waren viel zu elegant. 80.000 Lire. Ein Gammler zahlt keine 80.000 Lire für ein paar Schuhe. Bravo, kleiner Sherlock Holmes. Jetzt habe ich keine andere Wahl. Sie haben falsch kalkuliert. Sie dachten, ich würde jetzt aufgeben, aber ich muss Sie töten, damit ich selbst überleben kann. Egal, was auch geschieht. Wenn Sie mich töten, wird man meine Leiche finden und Sie es... Ich weiß, wie man eine Leiche verschwinden lassen kann. Mein Vater war ein Freiheitskämpfer und er hat mir eine Menge beigebracht. Das wäre es fürs Erste. Ich werde einen Krankenwagen rufen. Hoffentlich funktioniert Ihr Telefon. Hoffentlich funktioniert Ihr Telefon. Hallo, Signor Hoffmann. Wer sind Sie? Gito Ritsch, Privatdetektiv. Meine Informanten haben Sie genau beschrieben. Mit Ihren Informanten können Sie von mir aus zum Teufel gehen. Möchten Sie denn nicht weglaufen, Signor Hoffmann? Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Sehr solide. Sie sehen sich doch bestimmt nach Amsterdam. Dort können Sie ruhig leben, als Sie offiziell tot sind. Bestimmt doch. Herr Presser kotzen mich an. Wenn Sie Geld wollen, sagen Sie mir, wie viel. Nein, nein. War nur ein kleiner Scherz von mir. Ich kann Ihnen nicht helfen. Die Polizei braucht Sie schließlich. Sie sucht doch einen Mörder. Sie sucht immerhin den Mörder Ihrer armen Freunde. Lassen Sie mich in Ruhe. Oder töten Sie mich, wenn es das ist, was Sie wollen. Es ist nichts gewonnen, wenn ich Sie töte. Angenommen, es wäre so, ich brechte Sie um. Dann würde die Polizei den Fall ganz bestimmt zu den Akten legen. Ich weiß nicht, was Sie vorhaben, aber ich sehe keinen Sinn darin, dass man mich belastet. Seit Sie in diesem Käfig eingesperrt sind, haben Sie nur den Gedanken, sich zu töten. Sie wollen sterben, Hoffmann. Nein. Das nicht. Sicher wollen Sie das. Leute wie Sie enden immer so. Ihr vertragt es nicht, wenn das Gesetz Hand an euch legt. Nein. Ein Mann wie Sie würde es nicht aushalten, bis zum Lebensende im Gefängnis zu sein. Ich bin ganz sicher, Sie würden langsam verrückt werden. Das würde Sie wahnsinnig machen. Also beweisen Sie, dass Sie ein Mann sind, Hoffmann. Wozu? Ich habe niemanden umgebracht. Ihre Freunde sicher nicht. Aber rosa Kathena. Ja, so ist es. Rosa Kathena haben Sie umgebracht. Wollen Sie lebenslang hinter Gittern bleiben, Hoffmann? Eingesperrt wie alle Ihre Tiere in diesen kleinen, miesen Käfigen? Nein. Nein. Ich bleibe ein freier Mann. Ein Held. Dann benehmen Sie sich auch wie ein Held, Hoffmann. Diese kleine Pistole ist der Schlüssel zur Freiheit. Sie ist der Traum, der Sie frei sein lässt. Durch sie werden Sie fliegen wie ein Vogel. Tja. Und wenn ich Sie damit töte? Nein. Das wäre keine schöne Geste. Und eines Mannes wie Ihnen unwürdig. Man muss leiden, um ein Held zu sein. Es ist nicht einfach, diesen Begriff zu erreichen. Held. 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 Rot ist in England und Jan im Gefängnis. So ist das Leben. Du tust mir leid. Ich glaube, du hast dich in das Mädchen verliebt. Tja, leider. Aber schließlich, ich musste meine Pflicht tun. Sie hat dich gerettet. Der Schuss wird dir beim Prozess helfen. Hoffentlich. Gefällt dir Rachmaninoff? Es geht, ja. Schumann? Ach, ich weiß nicht. Magst du klassisch Musik? Nein. Du Kunstbarnhause. Aber wir haben doch ziemlich Erfolg gehabt. Wir haben den Diamantenschmuggel entdeckt. Wir wissen, wie Rosa Kathena gestorben ist. Und wir haben Agostino Parundi verhaftet. Trotzdem reicht das nicht. Du vergisst, dass wir den Täter der sechs Morde noch nicht gefasst haben. Jetzt verstehe ich nichts mehr. Agostino ist nicht... Nein. Agostino ist es nicht. Nein? Hoffmann auch nicht. Und das französische Mädchen... Lass doch die Französin aus dem Spiel. Jan hat nichts damit zu tun. Nichts mit den Morden. Ist gut. Sie hat nichts damit zu tun. Aber wer ist es denn nun? Ich denke da an jemand. Ich denke da an jemanden. Und da an jemanden. Ich denke da an jemanden. Und da ist jemanden. Einer hat immer wieder eine Zykne. Und da ist es. Sind Sie mir gefolgt? Die großen Geister treffen sich, hat ein Poet gesagt. Wissen Sie, wer es war? Oh, das fällt mir im Augenblick nicht ein. Dann reden wir über die Morde. Sicher, wenn nicht das Spaß macht. Wir brauchen einige Anhaltspunkte. Morde lassen sich nicht einfach so aufklären. Reden wir über Hoffmann. Vielleicht finden wir dort Anhaltspunkte. Als er noch lebte, ist er seinen Geschäften nachgegangen. Tieren und Diamanten. Sicherlich. Aber da konnte ich nichts entdecken. Spielen Sie nicht den Dummen. Hoffmann war ein Spruggler, das stimmt. Aber es würde Ihnen nie einfallen, seine Zeugen zu töten. Immerhin waren Sie seine Freunde. Und einen gewissen Ehrenkodex können Sie ihm nicht absprechen. Sie haben alle Hand in Hand gearbeitet. Sie glauben also, Hoffmann war unschuldig. Könnte es denn nicht sein, dass ihn seine Freunde erpresst haben? Oh, ich werde verrückt. Ich glaube vielleicht an den Weihnachtsmann, aber nicht daran, dass ihn seine Freunde erpresst haben könnten. Was macht eigentlich Ihr Blutrocker? Viel zu hoch. Kuchen und Alkohol, das macht es aus. Da könnten Sie recht haben. Und jetzt sagen Sie mir, weshalb sind Sie mir gefolgt? Ich will den Fall aufklären. Und ich versuche nichts außer Acht zu lassen. Nicht mal die allergeringste Kleinigkeit. Und ich möchte, dass Sie mir dabei behilflich sind. Ach, tatsächlich. Ich habe mir diese Zeichnungen angesehen. Es sind Zeichnungen für Kinder. Und bei jedem Toten lag so ein Ding. Zeichnungen von Hoffmann. Leute wie Hoffmann möchten gerne im Mittelpunkt stehen. Sie möchten auf diese oder jene Weise auffallen. Auch wenn sie vielleicht makaber ist. Hoffmann war eben ein exzentrischer Mensch. Das wissen wir beide. Wenn Sie das bitte anschauen würden. Wenn Sie wollen. Sehen Sie, das sind die Zeichnungen, die bei den Toten gefunden wurden. In dem Buch kommen verschiedene Figuren vor. Der Moor. Der Weihnachtsmann. Gefallen Sie ihm? Ich würde sagen, ja. Schwarzer Moor hat mir schon immer gefallen. Ich muss sagen, mir gefallen sie auch. All diese Figuren hat man gefunden. Alle bis auf eine. Und zwar die Hauptfigur. Das ist doch merkwürdig. Wie heißen Sie? Pietro Riccio. Pietro Riccio. Pietro Porcospino. Pierino Porcospino. Oh, das ist sehr amüsant. Sie wollen also damit sagen, ich bin der Fehlende im Buch der Mörder. Ich bin dieser Perino Porcospino. Der Mörder hatte die Wahl. Es ist wirklich originell. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ein Krüppel wie ich soll also durch die Stadt laufen und die Leute umbringen. Fantastisch. Sie sind verrückt. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich es war, oh Mensch. Sie mussten nicht mal ihr Büro verlassen. um die Leute zu töten. Und wie sollte das gehen? Per Telefon. Wie bitte? Ja, per Telefon. Sie haben mir doch gesagt, dass man mit einem Telefon einen Staat regieren kann. Sie haben alle Informationen, auf Band und auf Video. In diesen Maschinen ist die Wahl. Geben Sie es zu, Riccio. Sie sind äußerst intelligent. Ich habe Sie tatsächlich unterschätzt. Das sind nur Erfahrungen, die mein Beruf mit sich bringt. Aber Perino Porcospino, bringen wir es zu Ende. Es ist besser für alle. Granati Francesco, Alkoholiker und Dieb. Er hat Laura Falkoniere ermordet. Sein ehemaliger Beruf war Busfahrer. Die Cesare Fasquale. Kameramann, Techniker und Sexualverbrecher. Exhibitionist. Wer war es, der Ernesto Picozzi während der Schule im Fernsehen erschossen hat? Fabio Gervaso. Ein Taxifahrer. Wahrscheinlich hat er zwei Morde begangen. Er hat Scamavini getötet. Gaspari Luciano. Drogensüchtig und Dealer. Mehrfach vorbestraft. Er hat Calagani getötet. Und schließlich Mascherpa Fiorenzo. Er ist der Mörder von Elvira Maniconi. Er hat sie umgebracht, damit niemand von einem anderen Mord erfahren konnte. Den Mord an einem gewissen Mattia Grandi. Sind Sie zufrieden? Wir haben immer nur einen Mörder gesucht und dabei sind es mehrere. Ja, ja. Es war Ihr Fehler, dass Sie nie daran dachten, dass es mehrere Personen sein können. Sehr leichtsinnig. Sie haben also diese Leute beauftragt. Wissen Sie, was das bedeutet? Was Sie getan haben? Ich wollte Ihnen nur etwas beweisen. Ich wollte Ihnen beweisen, wie leicht es ist, zum Mörder zu werden. Sie brauchen nur eine Person, die den Befehl gibt und auch dazu das notwendige Geld und schon wird ein Fremder zum Mörder. Jeder Mensch, der bestechlich ist, kann zum Mörder werden. Das war immer so. Sogar wir beide, Sie und ich, können zum Mörder werden. Wir hatten alles über diese Leute gespeichert. Deshalb konnten Sie Sie dazu zwingen. Richtig. Ich hatte alles gegen Sie in der Hand. Fotos, Briefe, Aufnahmen. Ich brauchte nur, das Telefon abzunehmen. Und alles funktionierte. Sie mussten töten, damit Sie sich selbst schützen konnten. Erpressung und Mord. Wenn man bedenkt, war es ein leichtes Spiel. Ungefährlich und sicher. Kann ich jetzt gehen? Leben, natürlich. Selbstverständlich. Und kommen Sie mit mir zum Revier? Wenn es sein muss. Aber prima, venga con me. Ho ancora qualcosa da dirle. Ich verlasse das alles hier sehr ungern. Aber vielleicht bringt das Gefängnis neue Erfahrungen. Ich wüsste eigentlich nicht, wo ich sonst noch etwas lernen könnte. Das wird Ihnen gut bekommen, Richo. Nur Alkohol und Schokolade wird es doch für kaum geben. Ich bin also Pierino Porco Spino. Sie denken, ich habe die Zeichnungen bei den Leichen liegen gelassen. So wird es wohl gewesen sein. Sie täuschen sich, mein Freund. Das war alles, was Sie versucht haben, rauszukriegen? Aber Sie waren dabei nicht gründlich genug. Was? Hören Sie zu. Genau zu. Sie haben einen Fehler begangen. Aus welchem Grund hätte ich diese Freude der Natur umbringen sollen? Es gibt keine. All diese Leute waren meine Klienten. Sie haben mich die ganze Zeit über mit Informationen versorgt. Ich habe stets von Ihrem Geld gelebt und Sie haben mich gebraucht. Durch diese Kontakte bin ich geworden, was ich bin. Nein, nein. Welcher Geschäftsmann macht schon sein eigenes Geschäft kaputt? Weshalb haben Sie mir die Dias gezeigt? Um der Polizei zu helfen. Gegen Sie selbst? Nein, haben Sie immer noch nicht verstanden. Entweder sind Sie der Mörder oder einer von Ihren Leuten. Vielleicht einer von meinen Leuten oder einer von Ihren Leuten. Erstaunlich. Kennen Sie etwa die Berichte von Kommissar Del Rey? Vielleicht. Vielleicht kenne ich Sie. Kommissar Del Rey hat meine Einrichtungen benutzt, bevor ich es wusste. Und Sie beschuldigen mich. Alles spricht gegen Sie. Ich habe immer mit der Polizei zusammengearbeitet. Denken Sie daran, Kommissar. Riet schon. Also, gestehen Sie. Hier. Hier ist der Mann, der meine Theorie bestätigen wird, wie man Mörder werden kann und andere dazu zwingt, diese Morde auf brutale Art auszuüben. Er ist seines Dienstes enthoben worden. Als pflichtbewusster Polizist hat er das nie verkraften können. Er hat meine Einrichtungen benutzt, um sich an denen zu rächen, die ihn zerstört haben. Hiermit darf ich Ihnen also Kommissar Del Rey vorstellen. Kommissar Del Rey freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Trotzdem muss ich Sie verhaften. Nein. Aber nein, ich habe nichts getan. Es gibt keine Beweise gegen mich. Niemand kann mir etwas anhängen. Ich habe alle Beweise gegen Sie, Pandolfi. Ihr Plan war es, alles Hoffmann in die Schuhe zu schieben. Sie haben diese Leute gehasst, weil man sie dort nicht akzeptiert hat. Sie waren ein ganz kleines Licht. Man hat sie nicht ernst genommen und deshalb töteten sie. es tut mir leid. Sie haben mich unterschätzt, mein Lieber. Das ist Ihr Pech. Also gehen wir. Es ist vorbei. Also seien Sie vernünftig, Del Rey. Widerstand ist zwecklos. Das Haus ist umstellt. Sie haben keine Chance. Del Rey? Das Spiel ist aus. Stehen bleiben. Was habt ihr euch so gedacht? Meine Gerechtigkeit ist eine andere. Los. Los. Darüber. Darüber. Die Italien muss sauber bleiben. Was wir brauchen ist Gerechtigkeit. Sauberkeit und Ordnung. Die Italien darf nicht untergehen. Achtung, Achtung. Pandolfi hat soeben das Büro verlassen. Er ist bewaffnet. Ihr müsst ihn unbedingt aufhalten. Das ist alles Ihre Schuld. Ich hab den No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no!